so leute da sind wir beim nächsten booster und ich habe ein set booster modern horizons 2 die seltsame zeit wo set booster nicht so geil waren wie draft booster von diesem set sind richtig cool haben wir eine karte von der liste nein wir kriegen erklärt was die liste ist was sie hätte sein können das sieht aus wie ein phryxian ist das oben ein kopf das ist ein kopf wow okay ja mona 2 sehr sehr strange zeit new border bottle gnomes viermaler drei drei trampel wenn er stirbt kriegen wir leben in höhe ihrer stärke zwei meiner insten wir fügen fünf schaden einer fliegenden kreaturen zu oder eine kreatur kriegt plus drei plus drei wahrscheinlich wegen der stärke bonus mit entweinen nun nested chambler wir haben entscheidend wirklich unser team ist power ein manner 1 1 wenn er stirbt kriegen wir x squirrel token wobei squirrel gleich der anzahl also x gleich der anzahl seiner stärke ist dann haben wir das mit dem zerstören mit dem ding zwei manner zwei zwei tappen ob von einer anderen kreatur jeder spieler findet zwei leben man kriegt zwei leben der sieht komisch aus du wird kobra wenn die stirbt kremien treasure token drei manner 3 1 death touch score the desert fünf mal als aus wie wir exilen eine karte von sanfriedhof und kriegen so viele 1 1 spurt spiel steine wie wir wie die verteidigung stärke ok glorious enforcer sieben manner fünf und fliegend lifelink zu beginn jedes combat steps wenn man mehr leben hat als der gegner bekommt die doppel schlag sehr sehr cooler engel sehr sehr cool engel und wir haben jetzt schon okay blatt braid marauder 203 1 kann nicht blocken und wenn man erdkaskade solange man vier oder mehr karten im friedhof hat sehr sehr coole karte leider mit zwei meiner kaskade nicht so geil dann haben wir die throwback karte seal of cleansing wir haben sogar in diesem slot anscheinend eine rare bekommen ja können wir opfern und mann defaktor verzerrungen zu zerstören sehr sehr cooles teil dann haben wir eine throwback alte karte blacksmith skill ein weißes manner instant permanent kriegt hexproof und zerstörbarkeit und wenn es ein artefakt kreatur war plus zwei plus zwei und unser foil ist jade avenger in sketched foil wow dieses sketched foil ich weiß nicht ob ihr das foiling überhaupt seht also ein bisschen 202 2 bushido 2 und mit nach treasure ja sowohl zu dem booster leider nichts cooles dabei wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ablöser jetzt tschau tschau